Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immerhin ist die Kindheit doch genau das. Die Zeit für, für sie hoffentlich nicht mehr. Man ist noch nicht reif genug, man ist noch nicht stark genug. Sinierst du dich? Ja, ein bisschen. Du bist lustig. Sag mal, wer war denn das Mädchen, das dich abgeholt hat? Wie mit den blauen Haaren. Mach mit deinem Leben, was du willst. Was mich stört, ist, dass du schon öfter nackt in meinem Bett geschlafen hast. Das finde ich echt toll, Dani. Wie alt seid ihr denn mit eurem Gibst zu? Ich bin nicht lesbisch. Bist du blöd oder was? Schön hier. Wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen, Emma. Jedenfalls ist es sehr nett, dass Sie ihr bei Ihrer Philosophie-Klausur helfen. Danke. Danke. Gefallen dir deine Philosophie-Stunden? Ich liebe sie. Überraschung! Stimmt das nicht? Du schämst dich, mit deiner Frau zusammen zu sein? Nein, ich schäme mich nicht. Ich will nur nicht... Wann hältst du mich für bescheuert? Ich halte dich nicht für bescheuert. Ich hab dich nie für bescheuert gerechnet. Verschwinde hier! Los, verschwinde! Verschwinde aus meinem Leben! Warum lügst du? Ich lüge nicht. Warum weinst du dann? Ich weine überhaupt nicht. Ich weine debнем diesem Leben! Was? Wie ist denn? Ich blood. Ich mich.